Und er klettert und er klettert und er klettert und er hört gar nicht mehr auf. Der DAX, er ist so tapfer unterwegs. Aktuell der Future ungefähr 15.280. Je nachdem eiert er da so ein bisschen rum und es geht nach wie vor mehr oder weniger stark nach oben. Vielleicht ein bisschen weniger stark. Wir sehen, dass es ein bisschen eindreht, aber es wäre vermessen zu sagen, dass hier der Schwung komplett draußen ist. Noch steigen die Notierungen, so wie es aktuell aussieht. Aber es sieht zumindest nicht mehr ganz so toll aus. Im Kleinen hat man irgendwie den Eindruck, dass dann doch mehr und mehr, ihr seht das Ganze von der Steilheit, ihr seht das auch im 4-Stunden-Chart nachlässt. Mehr Überschneidung. Hier vorne war noch begeistert. Schübe hoch, Pause, Schub hoch, Pause, Schub hoch, Pause, Schub hoch, Pause. Hier auch noch so halbwegs und jetzt das hier, das sieht nicht mehr ganz so toll aus. Vielleicht ein Anzeichen dafür, dass mal eine Pause fällig wäre. Aber wer wird es ihm verdenken? Eine Pause bedeutet ja nicht gleich, dass wir Kahlschlag haben und der Wert sich halbiert. Es bedeutet aber erstmal, dass vielleicht die Aufwärtsbewegung mal für eine Weile aufhört und mal ein Päuschen. Das täte dem Markt durchaus gut. Als kleinste Größenordnung für eine vernünftige Pause würde ich sogar das ansetzen, was wir hier vorne mal hatten. Wir können das mal messen. Schaut mal, hier war so ein Pausenbereich. Das Ding, nehmen wir mal an, das ist jetzt nur so eine Idee. Das passiert jetzt genau so ähnlich, wie wir das hier haben. Dann wäre das bis beim Future jetzt 15.000 circa. Also 14.982 zeigt er mir jetzt an. Aber das kann auch ein bisschen abweichen. Es muss ja nicht genau gleich groß sein. Also mit so einem Rücksetzer müsste man rechnen, wenn es dann vielleicht in diesem Sinne hier jetzt hier irgendwie vorwärts geht, wäre sogar noch mal ein Anstieg. Ja, noch ein Anstieg. Das klingt super. Warum klingt das super? Weil natürlich dann auch bald das Allzeithoch auf dem Plan steht. Das soll jetzt nicht das Thema dieses Videobeitrags sein. Wir wollen ja eher etwas kürzerfristig in diesen Beiträgen unterwegs sein. Ihr seht, diese Pause, sie täte dem Markt eigentlich ganz gut. Und es besteht natürlich Gefahr, wenn das nicht korrektiv aussieht, diese Abwärtsseite. Also so ähnlich wie diese. Ich mache es mal weg. Okay, so sieht korrektiv aus. Ja, okay. Kann man sich ungefähr vorstellen, wenn das nicht so in diesem Maße aussieht, sondern sogar sehr steil nach unten geht. Gefolgt wird von einer Korrekturbewegung. Ich deute das noch mal an. Viele von euch kennen ja meine Zeichnung, wenn das so aussieht und so irgendwie was in der Richtung. Dann würde ich sogar sagen, na, 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 ist nicht vielleicht sogar was Größeres fällig, dass der Kurs dann noch mal runter geht. Aber entscheidend ist, der erste Teil muss stark sein. Der zweite Teil muss verhältnismäßig schwach sein dazu. So wie hier, der ist stärker als dieser Teil. Ich glaube, das ist relativ nachvollziehbar und dementsprechend die Fortsetzung in die starke Richtung, das wäre durchaus denkbar. Ich rechne nach wie vor damit, dass wir irgendwann so einen Rücksetzer haben. Aber noch habe ich die Anzeichen dafür nicht. Also ich würde es jetzt vermessen zu sagen, heute Nachmittag geht es los und zwar um 17.02 Uhr. Und 38 Sekunden, das ist natürlich Quatsch. Also insofern, Anzeichen gibt es dafür noch nicht. Es gibt Anzeichen, dass der Schwung nach oben ein bisschen nachlässt. Aber es gibt noch null Anzeichen dafür, dass der Markt es ernst meint mit der Abwärtsbewegung und immer dran denken. Das, was ich hier gezeichnet habe, ist jetzt das andere Extrem. Die andere Möglichkeit wäre dieses kleinere. Das ist so die grüne Marke, 15.000. Na ja, sind auch 300 Punkte so ungefähr. Aber das geht ja noch einigermaßen. Damit könnte man ja wahrscheinlich noch leben. Ein bisschen wird das abhängen davon, was Amerika macht. Und Amerika ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Denn wenn ich ehrlich bin, ich bin überhaupt nicht begeistert von dieser Aufwärtsbewegung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache die mal groß. Das ist jetzt hier der Dow Jones Future, in dem Fall 5-Minuten-Chart. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, diese Bewegung. Hier war der tiefste Punkt. Das ist der höchste Punkt gewesen, dieser Bewegung. Wir haben viele, viele, viele Rücksätze. Auch hier ähnliche Größe überschneidet sich. Ähnliche Größe überschneidet sich. Ich gehe jetzt wieder. Auch das ist nicht überlappungsfrei. Was soll das? Was ist das? Ist ein Anstieg. Ja, weiß ich auch. Aber es sieht korrektiv aus. Also eher die falsche Richtung. Die letzte starke Bewegung war diese. Wir denken dran, Schub runter, ABC, Schub runter, Korrektur und so weiter. Eigentlich stünde es dem Mark gut, wenn er nach diesem ersten Rücksetzer das nochmal macht und damit sich sogar nochmal Richtung 31.800 irgendwie sowas in der Richtung hier bewegt. Wundern würde mich das nicht. Es wäre ein klassisches, ein typisches, ein sehr, sehr normales Bild. Kann sogar noch mehr sein. Unter Umständen ein bisschen weniger, aber dürfte auch mehr sein. Aber ihr seht, das wäre dann im Prinzip eine Korrektur, die dieser hier entspricht. Das ist quasi genau das, was ich eben im 5-Minuten-Chart mit euch gezeichnet habe. Und eigentlich würde man im Großen sagen, wieso ist doch normal, Schub hoch, wackele ich runter. Das ist doch genau das Gleiche, was wir hier haben, nur in die andere Richtung mit diesen 1-zu-1-Projekten. Und anschließend kann es ja dann wieder nach oben gehen. Im Moment halte ich das für wahrscheinlicher als das. Warum? Weil mir dieser Anstieg alles andere als zusagt im Sinne von, ja, wir sind begeistert. Das ist die richtige Richtung. Ich bin da also sehr vorsichtig, was das angeht. Das betrifft nicht die Einzelaktien, da müsst ihr darauf achten. Das betrifft in dem Fall den gesamten Dow Jones, in dem Fall den Future-Markt, so wie ich das jetzt hier habe. Das ist ja das, was man immer ganz gerne handelt, auch wenn es als CFD ist. Aber quasi den Gesamtmarkt, den haben ja viele im Auge. Ich mache immer gerne beides. Die Indizes sind immer eine schöne Sache zu handeln. Aber natürlich auch die Einzelaktien. Und da gibt es dann vielleicht dann auch den ein oder anderen Ausreißer, der sagt, ich mache da nicht mit. Ich gehe doch noch mal ein bisschen nach oben. So, aber Dow Jones, wie gesagt, ich bin noch nicht so richtig begeistert. Ich sehe allerdings hier hinten etwas, was ich gerne sehe. Seht ihr es? Das ist das, was wir heute hatten. Das Hoch war am 16. Januar, nachts allerdings. Und dann haben wir eine Bewegung so, 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 so. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das intern oder extern, weil die so ein bisschen ähnlich. Der ist zu klein für der, der ist ein bisschen zu groß für die. Aber insgesamt relativ scharf nach oben. Und immer, wenn wir irgendwie wackelig nach oben jetzt unterwegs sind und die Unterseiten triggern, sind das Zeichen für nochmal Fortsetzung nach unten. Also ihr seht, auch hier im Intraday-Chart, 5-Minuten-Chart, ich finde, das sind eher Short-Szenarien, die wir hier haben. Wenn die Unterseiten, die Zwischentiefs hier durchstoßen werden, sind das klassische Trigger hier für die Abwärtsseite. Zumindest im Normalfall kann man da relativ gut sich daran orientieren. Das ist der Dow Jones. Gucken wir mal an. Also noch nicht so richtig überzeugend. Auf der anderen Seite, es passt ja zum DAX, wo wir auch gesagt haben, naja, vielleicht fängt er so langsam an, mal in den Dreh zu kommen. Ich glaube, beim S&P müssen wir das nicht so arg groß breittreten. Denn auch hier 5-Minuten-Chart, guckt euch halt diese Bewegung an, diese Aufwärtsbewegung. Das ist eine Aufwärts-Bis dahin zumindest meine Aufwärtsbewegung. Und auch das hier von da nach da, das sieht alles nicht gut aus. Ich habe den Eindruck, die wollen tatsächlich bald drehen. Ob das gut ist, ob das nicht gut ist, ich weiß es nicht. Aber das sind alles Anstiege, die ich nicht gut finde. Rechnet mit dem Rücksetzer. Wer jetzt noch long ist, egal ob im DAO, im DAX, in welchem Markt auch immer, sieht einen Stopp hinterher. Super-Trend, Parabolic beispielsweise. Sucht euch einen aus. Ihr könnt auch gleich einen Durchschnitt nehmen. Ihr könnt auch eine andere Stopp-Variante machen, der mir sagt, ich nehme immer das letzte Tief. Letzte Tief, letzte Tief, letzte Tief, letzte Tief. Da ist der Stopp. Solange er weiter steigende Tiefs macht, ist alles gut, wenn er da irgendwann mal dreht. Aber denkt da dran, auch wenn es noch ein Anstieg ist. Ich sehe jetzt im 4-Stunden-Chart noch keine Motivation zu shorten hier beim Nasdaq. Überhaupt nicht. Wo? Aber ich sehe, wenn der jetzt dann dreht, dann will ich dann auch Gewinne mitnehmen möglicherweise. Also nehmt irgendeine Stopp-Variante. Parabolic ist relativ eng. Das ist aber typisch gegen Ende einer Bewegung. Während der Super-Trend da ein bisschen mehr Luft lässt. Also wenn ihr mehr die Chance im Vordergrund sehen wollt, nehmt vielleicht lieber den Super-Trend als Nachzieh-Stop. Wenn ihr sagt, ich möchte mir die Absicherung in den Vordergrund stellen, dann solltet ihr den Parabolic wahrscheinlich bevorzugen. Denn der zieht enger ran und sichert euch mehr von den Gewinnen, die ihr dann bis dahin dann teilweise dann vielleicht schon hattet. Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, noch aufwärts, noch nicht so richtig für die Abwärtsseite. Mit Ausnahme des Dow Jones, der ist da am besten schon ausgestattet. Alle anderen sind noch nicht so richtig zu erkennen. Aber meine Idee, die ich beim Dow Jones habe, die lässt sich natürlich übertragen, sofern es dann auch zu sehen ist in den Charts beim DAX, beim S&P und beim Nasdaq. Noch, wie gesagt, nicht. Ihr seht auch hier der Nasdaq. Der ist noch mehr oder weniger stark nach oben. Also nicht mehr so stark, aber ist eben nach oben. Und eben diese Abwärtsseite noch nicht. Das kann sich hier eben auch noch ergeben. Wenn es sich ergibt, habt ihr eine ganz klare Idee, wie ich damit umgehe und vielleicht ja auch eine Idee, wie ihr damit dann umgehen wollt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal an dieser Stelle alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.